Das ist jetzt zwei Jahre, wo es nicht geklappt hat? Ja. Okay. Das ist zu lang. Das ist definitiv zu lang. Zwei Jahre in Ihrem Alter müssten Sie jetzt statistisch, in Anführungsstrichen, schon längst schwanger sein. Frieda ist die nächste Garantie. Habt ihr noch einen Kaffee oder so? Du rechnest damit, dass wir die nächsten 20 Monate jetzt so weitermachen. Ich möchte gerne mal pausieren. Nein? Nein! Ich interessiere mich einfach für Menschen. Ich kann gar nicht anders. Ich muss mein Gegenüber immer lesen. Ich habe jemanden kennengelernt. Er heißt Hartmut. Und was ist das so für einer? Ist ein ganz feiner Mann. Zweite Frau, ja? Frau? Insgesamt drei Frauen, ne? Drei Frauen. Vier! Vier! Mit Brigitte vier. Vier Frauen. Ich. Ich brauche einfach mal eine Nacht für mich. Und du, Sportler. Das sieht man gar nicht. Das sieht man gar nicht. Also ich meine, man würde es nicht denken. Man würde es nicht merken. Auf, Tobias. Den Zuchthengst. Würdest du das später machen? Würdest du das später machen? Toast der Hamster. Wer. Watch. Ich bin bloß. Bro. ثر. from有 dialect. Vielen Dank.